Dani Saval ist eine ehemalige französische Schauspielerin der 1950er, 60er, 70er und 80er Jahre, Leben. Sie war ursprünglich Tänzerin und trat 1950 am Theater Mogador und 1953 im Moulin Rouge auf. Sie besuchte die Opernschule, kam in der Comédie Française zum Einsatz und machte eine USA Tournee. Bei René Simon nahm sie Schauspielunterricht und gab 1958 ihr Debüt in »Wenn die Flut kommt« des französischen Regisseurs François Vélias, welcher 1959 den Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film gewann. Dani Saval spielte hauptsächlich in Komödien sowie in Liebesfilmen und Intrigengeschichten. In französischen Produktionen war sie oft Hauptdarstellerin, dem nicht französischen Publikum in Europa und den USA dürfte Dani Saval hauptsächlich als eine von drei Sturdessen in der US-amerikanischen Komödie »Boeing Boeingen« Erinnerung sein. In dieser Hallwallis-Produktion von 1965 spielte sie an der Seite von Toni Curtis, Jerry-Louise Thelmeritta, Christiane Schmidmar und Susanne Lee. Aus ihrer ersten 1965 bis 1967 dauernden Ehe mit dem Filmkomponisten Maurizia stammt ihre Tochter Stephanie Jarre. Dani Saval, die sich zwischenzeitlich aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat, ist in zweiter Ehe mit dem Journalisten Michel Drucker verheiratet und lebt noch immer in Paris. Zu Beginn der 1970er Jahre nahm Saval auch einige Singles auf. Filmografie 1958 »Wenn die Flut kommt« 1958 »Der Tag und die Nacht« 1958 »Die sich selbst betrügen« 1959 »Ich begehre dich« 1959 »Grüne Ernte« 1959 »Nathalie spielt Geheimagentin« 1960 »Reporter, Mord und Mannekenz« 1960 »Die kleinen Sünderinnen« 1961 »Mondgeflüster« 1961 »Danser Göldulub« 1961 »Die drei Wahrheiten« 1961 »Mitternachtsmörder« 1962 »Hübscher als die Polizei erlaubt« 1962 »En passant par Paris« 1962 »L'inspecteur Leclerc Conquette« 1962 »Parisierinnen« »Di sieben Todsünden« 1963 »Diamantenstory« 1963 »Der Mord, der zweimal geschah« 1963 »Futter für süße Vögel« 1963 »Das Mädchen Ariane« 1964 »Jalukum und Tiger« 1964 »Bei Oskar ist ne Schraube locker« »1965« »Bohin« 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 »1965« »Caroline und die Männer über 40« »1970« »Lese ins Scheries« »1970« »Prun« »1971« »Halleluja« »Amigo« »1971« »Autierta C.E. Soa« »1972« »Avec Lecoeur« »1974« »Graf Jostar gibt sich die Ehre« »1976« »La Verite Tienta un fil« »1977« »Ein Irrer Typ« »1977« »La Fie Parisien« »1978« »Amour sous la Revolution« »Le Quatre d'Ansoe en Epresen« »1978« »Plein l'Epoches pur pasun rond« »1979« »Chow le MECS« »1980« »Inspector Loulou« »Die Knallschote vom Dienst« »1980« »Wuli waosun BB Nobel« »1981« »Signe Furax« »1981« »Societe Amoreuse a Responsabilit limité« »1983« »Pauvre Eros« »1987« »La Bal eine Blasche«